Wo würden Sie Ihr geistiges Selbstvertrauen vor Gott auf einer Skala von 1 bis 10 einstufen? Haben Sie ein persönliches Zeugnis davon, dass Ihre derzeitige Leistung als Kirchenmitglied ausreicht, um ewiges Leben zu erlangen? Sind Sie gewiss, dass der Vater im Himmel Gefallen an Ihnen hat? Woran denken Sie, hätten Sie in einer Minute eine persönliche Unterredung mit dem Heiland? Wäre Ihr Selbstbild hauptsächlich von Sünde, Reue und Unzulänglichkeiten geprägt, oder wären Sie einfach voller Vorfreude? Würden Sie ihn ansehen oder seinem Blick ausweichen? Würden Sie an der Tür zögern oder selbstbewusst auf ihn zugehen? Immer wenn der Widersacher unvollkommene, aber dennoch eifrige Heilige wie Sie nicht vom Glauben an einen persönlichen und liebevollen Gott abbringen kann, bedient er sich teuflicher Schliche, damit Sie sich möglichst weit von Gott entfernen. Er weiß, dass der Glaube an Christus, einer, der stets liebevolle, große Barmherzigkeit und auch mächtige Wunder bewirkt, mit der persönlichen Überzeugung einhergeht, das Richtige wählen zu wollen. Deshalb wird er Zugang zu Ihrem Herzen suchen, um Ihnen vorzulügen, der Vater im Himmel sei von Ihnen enttäuscht, das Sühnopfer stehe für Sie zu hoch, es hätte keinen Sinn, auch nur den Versuch zu machen, jeder andere tauge mehr als Sie, Sie seien unwürdig und tausend ähnliche, teuflische Lügen. Solange Sie zulassen, dass solche Stimmen an Ihrer Seele nagen, können Sie sich dem Thron Gottes nicht mit echtem Selbstvertrauen nahen. Was Sie auch tun mögen, wofür Sie auch beten und auf welches Wunder Sie auch hoffen, Sie werden immer gerade genug Selbstzweifel haben, der Ihren Glauben langsam zerstört, nicht nur Ihren Glauben an Gott, sondern auch Ihr Selbstvertrauen. Ich möchte Ihnen sechs praktische Vorschläge machen, durch die, wenn beherzigt, die teuflischen Stimmen verklingen und die stille Gewissheit und das geistige Selbstvertrauen wiederkehren, die Sie, wenn erwünscht, haben können. Egal, wo Sie sich auf der zehnstufigen Skala befinden, mit der Anwendung des Sühnopfers Jesu Christi kann Ihr geistiges Selbstvertrauen schon heute wachsen, wenn Sie zuhören und handeln. Ich werde deutlich sprechen und hoffe, zu erbauen und nicht zu verletzen. 1. Übernehmen Sie Verantwortung für Ihr geistiges Wohl. Hören Sie auf, anderen oder den Umständen die Schuld zu geben, sich zu rechtfertigen und sich in Bezug auf unvollständigen Gehorsam herauszureden. Akzeptieren Sie, dass Sie gemäß dem Fleische frei sind und dass Sie frei sind, Freiheit und ewiges Leben zu wählen. Der Herr kennt Ihre Umstände genau, ebenso ob Sie absichtlich nicht vollständig nach dem Evangelium leben. Ist das der Fall, geben Sie es ehrlich zu und bemühen Sie sich, im Rahmen Ihrer Umstände vollkommen zu sein. Geistiges Selbstvertrauen wächst, wenn Sie durch tägliche Anwendung des Sühnopfers Jesu Christi die Verantwortung für Ihr geistiges Wohl übernehmen. 2. Übernehmen Sie Verantwortung für Ihr körperliches Wohl. Ihre Seele besteht aus Körper und Geist. Nähert man die Seele und vernachlässigt den Körper, der ihr ein Tempel ist, führt dies geistig meist zu einem Missklang und geringerem Selbstwertgefühl. Falls Sie nicht in Form sind, sich in Ihrem Körper nicht wohlfühlen und etwas dagegen tun können, machen Sie das. Elder Nelson lehrt, wir müssen unseren Körper als unseren ganz persönlichen Tempel betrachten und auf unsere Nahrung achten und uns körperlich fit halten. President Packer lehrt, unser Geist und unser Körper sind so verbunden, dass unser Körper ein Werkzeug unseres Sinnes und die Grundlage unseres Charakters wird. Achten Sie deshalb bitte gut darauf, was und vor allem wie viel Sie essen und geben Sie Ihrem Körper regelmäßig die notwendige und verdiente Bewegung. Sofern körperlich in der Lage dazu, entschließen Sie sich heute, Herr im eigenen Haus zu sein, sich von nun an regelmäßig und dauerhaft körperlich zu betätigen und gesünder zu ernähren. Geistiges Selbstvertrauen wächst, wenn Ihr Geist mit Hilfe des Erretters tatsächlich die Aufsicht über den natürlichen Menschen übernimmt. Drittens. Nehmen Sie freiwilligen Gehorsam von ganzem Herzen in Ihrem Leben auf. Erkennen Sie, dass Sie Gott nur lieben können, wenn Sie auch seine Gebote lieben. Der Maßstab des Herrn ist klar und einfach. Wenn Ihr mich liebt, werdet Ihr meine Gebote halten. Selektiver Gehorsam erntet selektiven Segen. Und wählt man etwas Schlechtes vor etwas weniger Schlechtem, ist es dennoch falsch. Sie können sich nicht einen schlechten Film ansehen und dann erwarten, sich tugendhaft zu fühlen, nur weil Sie sich nicht einen ganz schlechten angesehen haben. Dass Sie sich treu an einige Gebote halten, rechtfertigt nicht die Missachtung anderer. Abraham Lincoln sagte zu Recht, wenn ich Gutes tue, fühle ich mich wohl, und wenn ich Schlechtes tue, fühle ich mich unwohl. Und tun Sie das Richtige aus den richtigen Gründen. Der Herr, der das Herz und einen willigen Sinn fordert und die Gedanken und Absichten des Herzens kennt, weiß, weshalb Sie zur Kirche gehen, ob Sie nur da sind oder Gott aufrichtig verehren. Sie können sonntags nicht singen, aus Babylon, aus Babylon, ich ziehe nun aus, und kurz darauf wieder Babylon oder seine Gesellschaft ersehnen oder tolerieren. Bedenken Sie, Gleichgültigkeit in Geistigem hat noch nie glücklich gemacht. Kirche und Evangelium müssen ihr voller Lebensinhalt sein, nicht nur etwas Äußerliches. Heute zu entscheiden, wem Sie dienen wollen, ist kein Lippenbekenntnis mehr, sobald Sie entsprechend leben. Geistiges Selbstvertrauen wächst, wenn Sie trotz Unvollkommenheit richtig motiviert, wahrhaft ein gottgeweihtes Leben zu führen suchen. Viertens. Werden Sie besonders gut darin, rasch und gründlich umzukehren. Das Sühnopfer Jesu Christi ist von praktischem Wert und unerschöpflich, daher sollten Sie es rund um die Uhr anwenden. Betrachten Sie das Sühnopfer Jesu Christi und die Umkehr als etwas, was man nach Anordnung des großen Arztes gern und täglich anwenden muss. Kehren Sie kontinuierlich und voller Freude um. Machen Sie Umkehr bewusst zu einem Bestandteil Ihres Lebens. Schieben Sie die Umkehr nie auf und erwarten Sie nicht den Beifall der Welt. Blicken Sie immer auf den Erretter. Sorgen Sie sich mehr darüber, was er über Sie denkt, und lassen Sie die Folgen kommen. Ihr geistiges Selbstvertrauen wächst, wenn Sie durch Anwendung des Sühnopfer Jesu Christi freiwillig und freudig sowohl von kleinen als auch von großen Sünden rasch umkehren. Fünftens. Werden Sie besonders gut darin, anderen zu vergeben. Ich, der Herr, vergebe, wem ich vergeben will, aber von Euch wird verlangt, dass Ihr allen Menschen vergebt. Vergeben Sie immer jedem alles, oder versuchen Sie es zumindest, damit auch Ihnen vergeben werden kann. Hegen Sie keinen Groll, seien Sie nicht leicht beleidigt. Vergeben und vergessen Sie schnell und halten Sie sich nicht als von diesem Gebot ausgenommen. Ihr geistiges Selbstvertrauen wächst, wenn Sie wissen, dass der Herr weiß, dass Sie niemandem gegenüber schlechte Gefühle haben. Sechstens. Akzeptieren Sie, dass Prüfungen, Rückschläge und Überraschungen zum Erdenleben gehören. Bedenken Sie, dass Sie hier sind, um zu sehen, ob Sie alles tun werden, was auch immer der Herr, Ihr Gott Ihnen gebietet. Und ich möchte hinzufügen, unter allen Umständen. Millionen Ihrer Brüder und Schwestern wurden oder werden getestet, warum also nicht auch Sie? Einige Prüfungen ergeben sich aus eigenem Ungehorsam oder aus Nachlässigkeit. Andere Prüfungen resultieren aus der Nachlässigkeit anderer oder weil dies eine gefallene Welt ist. Bei diesen Prüfungen wollen die Anhänger des Widersachers Ihnen einreden, Sie hätten etwas falsch gemacht und werden bestraft und dass der Vater im Himmel Sie nicht lieb hat. Ignorieren Sie dies. Versuchen Sie zu lächeln, schauen Sie himmelwärts und sagen Sie, ich verstehe, Herr, ich soll mich bewähren, nicht wahr? Und arbeiten Sie mit ihm zusammen und harren Sie gut bis zum Ende aus. Ihr geistiges Selbstvertrauen wächst, wenn Sie akzeptieren, dass Sie oft Prüfungen und Bedrängnisse durchmachen müssen, gerade weil Sie etwas richtig machen. Als Präsident der Ukraine-Mission Kiew fragte ich eine meiner treuesten Missionarinnen, weshalb sie immer so hart mit sich ins Gericht gehe und immer so selbstkritisch sei. Ihre Antwort war wie ein Beispiel für jemanden, der auf die falschen Stimmen hört, damit mir dabei niemand zuvorkommt. Brüder und Schwestern, mein Rat an diese Missionarin geht auch an Sie. Akzeptieren Sie Ihre Schwächen und stellen Sie sich ihnen, ohne sich von ihnen lähmen zu lassen, denn einige davon begleiten Sie bis zum Lebensende. Egal wie Ihr Stand auch gerade sein mag, sobald Sie sich aufrichtig und freudevoll entschließen, täglich umzukehren und sich darum bemühen, Ihr Bestes zu geben und das Bestmögliche zu sein, umfängt das Synopfer Sie und begleitet Sie auf Schritt und Tritt. Wenn Sie so leben, bewahren Sie sich immer Vergebung für Ihre Sünden, jeden Tag, jede Stunde, Minute und Sekunde und sind so vor Gott, stets völlig rein und annehmbar. Sie können, wenn Sie es wollen, heute oder schon bald selbst wissen, dass der Herr trotz Ihrer Verfehlungen Wohlgefallen an Ihnen hat. Ich bezeuge, dass wir einen liebevollen Erretter haben, der es kaum erwarten kann, uns seine Gnade und Barmherzigkeit zu schenken. Ich bezeuge, dass wir einen liebevollen Erretter haben, der sich freut, wenn wir sein Synopfer jeden Tag anwenden und dabei die stille und freudige Gewissheit verspüren, die richtige Richtung eingeschlagen zu haben. Ich bezeuge, dass wir einen liebevollen Erretter haben, der unbedingt möchte, dass Ihr Vertrauen in der Gegenwart Gottes stark wird. Im Namen Jesu Christi. Amen. ...who expects us to live the commandments. I testify of a loving Savior who is so very anxious to bestow His grace and mercy. I testify of a loving Savior who rejoices when we apply His atonement daily with a calm, happy assurance that we are facing in the right direction. I testify of a loving Savior, who is anxious for your confidence to work strong in the presence of God. In the name of Jesus Christ, amen.